20 Monate alt. Läuft seit zwei Monaten. Souverän hat er mein Kabel jetzt gerade genommen. Beute gemacht sozusagen. Sehr gut. Räum du mal hier ein bisschen auf. Ali, machst du super ein bisschen Ordnung. Aber ich habe gern noch mal die Rutsche hoch und runter und über die Polster hier. Das macht er toll. Und der drehe ich sogar schon. Wow. Ja, das macht er ganz toll. Ich wollte dir nochmal zeigen, wie Ali sich so entwickelt hat. Das finde ich ja sehr, sehr spannend.